Ja, herzlich willkommen zum Staufen Digital Neonex Videoblog. Mein Name ist Jochen Schlick, ich bin Senior Partner und Mitgründer von Staufen Digital und ich führe Sie durch diesen Videoblog. Heute möchte ich Ihnen den Begriff AGV erklären. Ein AGV ist ein Automated Guided Vehicle, zu deutsch ein fahrerloses Transportsystem, das in der Fabrik Waren von A nach B fährt, also vom Logistikzentrum zur Maschine und auch wieder zurück. Nun, früher waren diese Systeme extrem inflexibel und das lag im Wesentlichen daran, dass im Boden Schienen verlegt waren oder Führungssysteme verlegt waren. Heute sind diese Systeme deutlich flexibler, indem zum Beispiel der Weg durch ein auf dem Boden geklebtes Tape markiert wird, das man viel leichter ändern kann und die modernen Systeme benutzen das Laserslam-Verfahren zum Beispiel, mit dem man Umgebungsmerkmale wiedererkennen kann und somit sich an der Umgebung orientieren kann. Und damit sind diese Systeme viel viel flexibler als früher. Ich hoffe hiermit etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche. Ihr Jochen Schlick